Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wir Menschen treffen immer wieder Entscheidungen in unserem Leben. Oft haben wir die Klarheit und es geht auch leicht und auch schnell. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo wir ganz schön rotieren und eine falsche Entscheidung führt uns zum falschen Weg. Manchmal führt uns sogar in eine Sarkasse und hier ein Ausweg zu finden ist auch ganz schön schwer. Genau für diese Momente bin ich für sie da. Diese Art von Beratungen nenne ich Blitzberatung. Wie funktioniert eine Blitzberatung und was kostet das? Die Blitzberatung funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Unten bei den Kontaktdaten befindet sich auch meine E-Mail-Adresse. Sie beschreiben ihre Lebenssituation und stellen ihre Frage. Ich beantworte schnell und knapp. Das Ganze kostet 10 Euro. Ich möchte natürlich für sie nicht die Entscheidungen treffen. Jeder trägt selbst diese Verantwortung. Aber ein guter Rat ist Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin ein E-Mail-Adresse. Ich bin ein E-Mail-Adresse.